Die folgende Handlung ist frei erfunden. Sie handelt von Ereignissen, wie sie sich in naher Zukunft abspielen könnten. 8 Uhr morgens, New Yorker Börse. Es ist ein kalter, windiger Tag an der Wall Street. Die Märkte erwarten die Verkündung der quantitativen Lockerung Nummer 4 QE4 durch die Federal Reserve. Futures explodieren. Der Dow Jones durchbricht sein Hoch von 14.164, von 2008. Gold erreicht mit 2.900 den höchsten Preis aller Zeiten. Silber durchbricht die Marke von 100 Dollar pro Unze. Der Dollarindex hält sich bei 53. An der Wall Street herrscht das nervöse Gefühl, dass, wenn es nicht funktioniert, die Welt in eine Depression stürzen könnte, die für den Rest des Jahrzehnts andauern wird. Die chinesische Regierung erklärt, sie könne es nicht länger zulassen, dass Washington seine Staatsanleihen entwertet. Nachdem Bedenken zunächst vertraulich behandelt wurden, findet sich China damit ab, dass Washington niemals aufhören wird, seine Schulden mit entwertetem Geld zu bezahlen. China gibt von Peking aus eine offizielle Stellungnahme ab. Zitat Nach Bekanntwerden der chinesischen Stellungnahme erleben die Dow Futures einen Umschwung und beginnen zu fallen. Gold springt auf über 3.000 pro Unze. 150 Dollar Steigerung pro Unze in 26 Minuten. CNBC erwartet eine Stellungnahme seitens des Weißen Hauses. Der Präsident gibt eine offizielle Stellungnahme ab, um die Investoren zu beruhigen. Er berichtet der amerikanischen Öffentlichkeit, er habe mit mehreren Führern der G20 gesprochen, die ihm versichert hätten, sie würden mit dem Ankauf amerikanischer Staatsanleihen fortfahren und der Überzeugung sein, da eine amerikanische Wirtschaft der einzige Weg zurück zu weltweitem Aufschwung darstelle. Er habe außerdem mit Notenbankchef Bernanke gesprochen, der ihm versichert habe, dass die QE4 zu einem starken Dollar führen werde. Der Präsident erinnert die amerikanische Öffentlichkeit darüber hinaus an sein per Dekret erlassenes New Deal Wirtschaftsprogramm, das die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Erholung erhöhen soll. Er stellt ferner fest, dass Peking seit 2009 seine Bestände nach und nach verringert hat, sodass die Auswirkungen minimal sein werden. Dow Futures fallen innerhalb der ersten 20 Minuten um 850 Punkte. Die Behörden frieren für eine Stunde die Märkte ein. Die Nachrichten von der chinesischen Börse verbreiten sich. Die unvorbereitete amerikanische Bevölkerung stürzt in Panik in die Supermärkte und versucht Lebensmittel und Wasser aufzukaufen. Amerikaner, die von den Vorgängen bisher nichts wussten, werden durch Berichterstattung und Panikkäufe alarmiert. Innerhalb von 50 Minuten kommt es zu einem landesweiten Sturm auf die Geschäfte. Leere Regale werden in Amerika zur Realität. Die Märkte öffnen und der Dow Jones setzt seinen Kollaps fort. Weltweit beteiligen sich die Investoren am Ausverkauf der Wertpapiere und beginnen in Rohstoffe zu investieren. Anders als bei der Panik in 2008 werden Rohstoffe als einzige Sicherheit in der Dollarkrise betrachtet. Der Dow fällt seit Wiedereröffnung um 1700 Punkte. Der Handel wird für mindestens zwei Stunden eingefroren. Die Federal Reserve pumpt 200 Milliarden in die Märkte und verkündet, dass QE4 auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Der Kongress wird zu einer Notfallsitzung nach Washington D.C. einberufen. Mehrere Abgeordnete bezeichnen die chinesische Verlautbarung als finanziellen Angriff. Nachdem sich die Supermärkte gezwungen sehen zu schließen, kommt es in mehreren Städten zu Unruhen. Verkehrschaos und Gewalt greifen um sich. Der Präsident versetzt die Nationalgarde in Alarmbereitschaft für einen möglichen Einsatz auf amerikanischen Straßen, falls die Lage nicht bald unter Kontrolle gebracht werden kann. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von Verletzten in Supermärkten und fordern von der Regierung Maßnahmen, bevor sich die Lage verschlimmert. George Soros äußert gegenüber CNBC, ein Sturm auf Staatsanleihen stehe unmittelbar bevor. Es gebe nichts, was die Regierung dagegen tun könne. Er sagt, es sei bedauerlich, dass ein kontrollierter Verfall des Dollars über die Jahre hinweg nicht besser koordiniert worden sei. Was heute passiert, hätte verhindert werden können, wenn nicht die Tea-Party-Politiker auf Finanzverantwortung und einer verfassungsmäßigen Regierung bestanden hätten. Der Goldmarkt schließt um 11.53 mit 4.053 Dollar pro Unze. Silber schließt mit 173 pro Unze. Der Präsident verkündet die Schließung der Börsen wegen Unruhen in Teilen des Landes für den Rest des Tages. Mit Ausnahme des Bergbaus und anderer inflationsbezogener Aktien ist die Mehrheit der US-amerikanischen Aktien durch den Ausverkauf und die Flucht zu Rohstoffen erheblich gefallen. Die Federal Reserve kündigt an, US-Staatsanleihen und Aktien aufzukaufen, um die Märkte zu stabilisieren. Aber dadurch werden die Ängste der Investoren vor einem Ansturm auf Staatsanleihen und dem Kollaps des Dollars nur verstärkt. Auf den asiatischen Märkten beginnt ein massiver Ausverkauf. Gerüchte über einen Zusammenbruch des Dollars beginnen den Markt zu beherrschen. CNBC Asien befasst sich mit der Möglichkeit eines Totalausfalls der COMEX und eines möglichen Zusammenbruchs der US-Wirtschaft. Gold erreicht in Asien einen Höchststand und steigt in der ersten Stunde um 1.750 Dollar. Der Goldpreis befindet sich jetzt bei 5.803 Dollar. Gold- und Silberbarrenhändler weltweit haben mangels Ware den Verkauf eingestellt. Es wird mit einem Totalausfall der COMEX gerechnet. Mehrere Zentralbankvertreter befürworten das Einfrieren der Währungsmärkte und eine fixe Evaluierung des Dollars, um die Investoren zu beruhigen. Die Sonne geht unter über Amerika. Die vergangenen zwölf Stunden haben die Welt verändert. Die amerikanische Bevölkerung sitzt gebannt vor ihren Fernsehern und bekommt einen Crashkurs im Verfall einer Währung. Dunkle Rauchschwaden hängen über den brennenden Städten. Die Federal Reserve kündigt an, 1,5 Billionen Dollar in die Märkte zu pumpen, um einen weiteren Verfall zu verhindern. Der Todesstoß. Die Mitgliedstaaten der OPEC akzeptieren für den Ölhandel bis aufs Weiteres keinen US-Dollar. Nur noch Euros, Grenminbys oder Gold. Die Ankündigung der Federal Reserve, 1,5 Billionen Dollar in die Märkte zu pumpen, verursacht eine scharfe Trendwende auf den Überseemärkten. Die Aktienmärkte beginnen sich zu erholen, obwohl es insgesamt weiter abwärts geht. Jared Adams, Präsident der National Inflation Association, verschickt einen dringenden E-Mail-Rundbrief. Er informiert die Mitglieder mit großem Bedauern, dass die Zeit, die amerikanische Bevölkerung vor einer Hyperinflation zu warnen und sie darauf vorzubereiten, nun vorbei ist. Herr��stuhl, Präsident der National Inflation Association anerpresa St многие wurden. Forwiebel Andre vamos! Untertitelung des ZDF, 2020